neue filter so und dann schauen wir mal hier rein ja da ist definitiv das sieb nicht mehr drauf aber sie sind neu sie sind neu ja die werde ich dann später verbauen und moment damit wäre dann nämlich der nächste fehler ausgeschlossen was allerdings immer noch sein kann ist dass es am schwimmer selber gelegen hat und das hatte ich ja glaube ich schon gesagt allerdings tausche ich den jetzt gegen die den ersten gegen den dritten aus warum einfach weil ich lust darauf habe sollte der fehler nachher auf dem dritten zylinder auftreten ja dann weiß ich dass es am schwimmer liegt wird dann da muss ich die versage anlage halt noch mal rausreißen und werde dann im dritten an anderen schwimmer machen da habe ich ja noch noch eine vergaser anlage aber das mache ich definitiv erst wenn der fehler noch mal auftreten sollte weil ich will ja wissen was sache ist ansonsten ja wenn ich es gleich mache kann ich dann nicht sagen ja ob das der fehler war oder nicht ich hoffe ihr könnt mir jetzt folgen so mache ich das jetzt dann nachher später erst einmal noch ein anderes video fertig schneiden ja da wird alles seit zeit machen wir hier jetzt weiter schwimmer 1 und schwimmer 3 untereinander ausgetauscht dann die neue führung ich habe hier einen kleinen becher mit ein bisschen öl dass ich die ohrringe alle ein klein bisschen einöle dann rutschen sie besser aber bevor ich den hier jetzt drauf mache müssen wir jetzt hier das sieht wieder drauf stecken diesmal richtig und ordentlich und dann kann das schwein hier rein dann die sicherungsschraube dass wir die nicht vergessen dann nehmen wir das neue schwimmer nadelventil hängen es an dem ursprünglichen schwimmer 3 ein dann führen wir die male hier ein die habe ich ja alle schon fest gezogen dann tue ich jetzt hier noch den dichtring auch wechseln auch den tue ich ein klitzeklein bisschen einölen und eine seite ist länger eine seite ist kürzer hier unten in der biegung dann tun wir den hier sauber hier rein das sieht gut aus Deckel drauf schrauben rein drehen fertig ich bin ja so gespannt ob das dieses mal alles ordentlich läuft so langsam habe ich echt keinen bomb mehr auf den mist so in der hoffnung dass das problem gelöst ist dasselbe mache ich jetzt mit den anderen dreien das muss ich jetzt nicht noch ausführlich zeigen das haben wir gerade gesehen und danach kann ich die ganze geschichte wieder einbauen das war es alles wieder zusammengebaut lasst uns die dinger ins moped wieder einsetzen Kompressor ist aus sehr schön so leute Vergaser sind wieder drauf Gaszüge eingestellt neuen Luftfilter Benzinfilter habe ich hier drin und jetzt mache ich erst einmal hier noch den Hahn auf Schauen dass da gleich ein Sprintendfilter rein läuft Na komm schon naja der wird gleich saugen wenn die Pumpe anläuft Ja Stadthilfe habe ich auch da da weiß ich es aber doch Probieren wir es mal hier in der auch hier 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Fertig! 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 Ich lasse jetzt alle beiden ruchern! Ich muss das nachdanken. Möppi läuft soweit, aber das Drama ist noch nicht zu Ende. Eins, was ich gemacht habe, hat nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Ich zeige es euch schnell. Ich zeige es euch schnell. Also am Vergaserfuß unten zieht sie definitiv noch Falschluft. Ich werde wahnsinnig, Leute. Aber Vergaser scheint jetzt zu laufen, bis jetzt. Na ja, jetzt baue ich sie erst mal zusammen und dann muss ich mich noch mal schlau machen. Äh, wechsse in den Ohrringen. Äh, wahrscheinlich kann ich wieder alles auseinanderreißen dann. Na ja, mittlerweile weiß ich ja, wie man den Mist herunterreißt. Verdammte Axt, ich mag bald nimmer, ich mag echt nimmer, ich mag nimmer. So, meine Lieben, ich habe jetzt eine Runde gedreht. Möppi war fertig zusammengebaut. Irgendwie hat mich das so aufgeregt, dass die unten noch Falschluft zieht. Dass ich danach dann aus Filmen vergessen habe. Ich habe dann bloß noch mein ganzes Zeug zusammengepackt und bin heimgefahren, um meine Jacke zu holen, um eine größere Runde zu drehen. Äh, also ich würde mal sagen, ich habe jetzt gewonnen, bis auf die, ähm, O-Ringe unten drin. Da werde ich schauen, dass ich nochmal andere organisiere, Originale. Und hoffe, dass ich das auch noch komplett dicht bekomme. Weil so ist es eine Zumutung, definitiv. Äh, ja. Also, wenn sie Falschluft zieht. Ähm, ich merke es, wenn ich losfahren will, dass sie ein bisschen ruckelt noch. Und, ja, beim Fahren, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Und, äh, definitiv ziehen tut sie erst ab 7, 8, 9, 1000. Also, da geht das Ding dann richtig. Alles, was drunter ist, naja, sie läuft. Gut, Leute. Äh, äh, erst die O-Ringe, dann die Sitzbank. Erst, wenn das Ding zu 100% läuft, dann gibt es eine schöne Sitzbank für Möppi. Ja, okay. Das war es mit diesem Video erst einmal wieder. Das war vielleicht Folge 9 und 10 oder irgendwie sowas. Äh, äh. Ja, ja, das altes Moped hört nicht auf, aber Stück für Stück. Und dieses Mal bin ich höchst zufrieden, wenn sie denn wieder anspringt. Hm. Wir werden sehen. Ich werde berichten. In dem Sinne, Tchaikovsky, bis zum nächsten Mal. Genug gelabert. Zunge befeuchten. Zunge befe?, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020